so ich muss jetzt kurz also leute ich weiß wir sind noch nicht komplett das war das falsche nein du behinderte stück scheiße ich vergewaltige dich und deine hässliche mutter so tot alter so tot leute ich muss kurz nachschauen okay das ist jetzt ein grund mehr das haus jetzt abzureißen wieso weil ich das jetzt wie gesagt anders zu bauen so leute ich habe jetzt einen screenshot offen wichtig ist geboren will weil ich habe das ja schon mal wie schon mal erwähnt in der singleplayer welt ja vorgebaut so wie ich es halt um ein gott hollis facking schätzt was geht es gar nicht mehr nur haben wir zu wenig Eichhörer und ich wollte es mit dem machen das ist also ich fichte noch zu zudem ist ich nicht das verbreuchte mich sonst wieder ich mich kenne ich gibt es weg so stehen bleiben also ich bin da jetzt wieder weg 1 2 3 warte ich muss weiter schalte ich war wie hoch 1 2 3 4 5 wie viel habe ich jetzt 4 schenke finanz 1 2 3 4 5 müsste ich glaube ich passen NEIN doch ich bin tot juhu nee ich bin ja kein unmensch oder bin ich das? weißt du hier ist jetzt auch wieder hier ist nochmal soll ich die ich kill das Schwein jetzt hier einfach aus Prinzip was für Prinzip ich weiß nicht was gerade los ist es ist ja warum es dir so viele Schweine Frau Groni also nix gegen dich Roni was ist deine Familie halt dich bitte in Schacht Schichtschacht achso nö Leute wartet mal ich habe was falsch gemacht weil auf der Singleplay Map habe ich das nämlich so gemacht ich habe das um ein paar Reihen zu tief gebaut das bedeutet ich wollte glaube ich das Doppelte ne 10 ist zu hoch glaube ich 10 ich habe jetzt 5 Junge fuck mich ich habe das Skelett fuck mich einfach nicht 1 2 wir machen 3 dazu komm also wir müssen sowieso äh die kompletten Bäume hier äh äh abrassen ich glaube da hinten wohne ich die Pflanzwehr war neu auch wieder schätze ich jetzt mal wir werden hier ein paar abrassen weil wir brauchen viel Holz ich glaube da ja da hinten bin ich müsste ich sein a da gibt es Probleme ja ich kann wieder nicht sprinten ja da da ist mein Haus so wird der Eingang aus sind ist er schon ein Fortschritt gut dann muss ich jetzt mal weiter schalten also zum nächsten Screenshot muss ich mal zählen das sind drei das sehe ich gleich mal 1 2 3 also ich habe mich gerade zu Tode erschreckt warum ich habe da nichts gehört dass du geschrien hast oder so ne weil Dings meine Sachen nicht mehr gefunden gehabt ähm ähm so schön die Niesingang und 1 2 3 4 4 warte mal ich habe das Hinsetze ich das gibt es nicht so wie oft habe ich denn das jetzt 1 2 3 äh ich rolle auch schon dass er das gibt es nicht alter wieder ein creeper ihr wollt mich auch alle verarschen heute oder was ist das und nennen aber ich kommt die ich ich schicke euch das muss so künftig ja wirklich ja ja echte Arzt ja und das ist versprochen nein warum nicht nee weil es eh nicht geht wie willst du das machen sind der Inge oder wie soll dir die Plusch Version kaufen die sowieso vielst kennst du es nicht nein um welches Monster geht es denn Rieper gibt es als Plüsch Version hatte ich schon in den Händen auch schon damit gekuschelt im Geschäft ok dann ist er explodiert nee Spaß ah liebe leute die folge geht noch fünf minuten was für fünf minuten walla ach Gott echt was für ein gott ja wie wäre es leute wenn wir das so machen dass wir dann so ja nächste Frage was wäre wenn nichts wäre was wäre dann da wäre nichts wow wow im Wahnsinn soll ich das so machen so hab ich jetzt ehrlich von ja genau so jetzt auf einer Art und Weise sieht das halt schon fresh aus leute ne oder auf einer anderen weise wieder komplett kacke ja hatte recht genau solche ich sehe es zwar nicht aber hellseher und so aber liebe leute da kann man natürlich immer wieder was entwickeln ich stehe ich stehe irgendwann durch diese durch dieses durch dieses durch dieses ich kann überhaupt nicht mehr reden oder durch dieses Projekt Kirche jetzt kommen wir noch mit rein und jetzt machen wir noch mit rein naja es war zeeegg 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 das ist Nummer eins hit oder? ja sag ich ja Ich war ja auf dem Top 10 in Luxemburg. Die Frau stimmt da nicht. Conchita kann einpacken mit ihrem Reis und Phoenix. Vor allem Reis. Soll ich dieses Mal beim Song Contest mitmachen? Bitte mach das. Geht ja nicht. Warum nicht? Naja, bin ich ein Sänger? Oder hab ich eine Platte? Noch nicht. Erst recht noch nicht. Ich bremme eine. So, jetzt ist die Frage. Ah ja, geht auch so. Wir brauchen jetzt. Leute, jetzt schlag mich bitte nicht. Wir brauchen einen Clean Storm. Und zwar so viel, wie es geht. Und ich brauch viel Granit. Und zwar so viel, wie es nur geht. Ja, Leute, ich seh jetzt schon, Alter. Ich brauch so scheiße. Aber. Was? Aber, Leute. Aber? Das Haus ist doch in der Entstehung nicht... Es ist doch kein Gott vom Himmel gefallen, ne? Was für Gott? Was für Gott, Land? Walla. Walla. Ich schlag dich. Pass auf Walla. Ich schlag dich. So. Pass auf Walla. Ich schlag dich. Das ist ja. Ja. So, wir haben aber genügend Diorid. Mit Diorid möchte ich aber nichts anfangen. Wir haben aber noch Andesid. Ne? Ja. Wenn wir Andesid dadurch ersetzen, wie... Das sieht, glaube ich, sogar besser aus, oder? Ne, komm. Andesid machen wir dann, glaube ich... So, die Kirche wird nämlich aus... Oh, wie sieht das aus? ...gemacht. Genau. Wie sieht das aus? Als Maul, ich muss mich konzentrieren. Wie sieht das aus? Ich muss mich auch konzentrieren. Das ist doch was. Auf nichts. Ja, ich will sie fern. Du hebst ab. Nichts hält mich am Boden. Auch nicht der Ronny. Ah. Okay.